Hi Freunde! Willkommen zurück in Neverwinter. Wir versuchen mal in diesen Organgriff reinzukommen. Bevor wir Level 21 oder besser noch 22 sind und nicht mehr reinkommen. Ich hoffe es dauert nicht zu lang. Auf der Weile gehen wir mal. Können wir hingehen? Gibt es noch was? Achso, wir sollen ja zu dem Reit eingehen. Hallöchen! Was hast du denn so? Brauche ich leider nichts. Ich hab schon... Waterdeep Pferd, Palomino Pferd, Sabino Pferd, Gesträftes Pferd, Apalooza Pferd. Ausbildung kostet 600.000 Strahldiamenten. Oh je. Ah ja. Sind wir noch drin? Ja. Ich hoffe das geht jetzt schnell. Dass wir eine Einladung bekommen. Hallen wir da noch ein bisschen was. Können wir auch immer mal wieder gebrauchen. Was haben wir denn noch? Lass mal sortieren. 25, 10. Dann holen wir da... 20. 20. Da brauchen wir Arcana? Ich glaube nicht, oder? Nein. Das brauchen wir. Und das hier. Und das hier. Ähm. So. Ah, Umschalt und... 1. 3. 3. Wohin? 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 Dahin? Was gibt's denn? Keine Quests. Ach, das hatten wir doch schon mal, oder nicht? Weiß grad gar nicht. Er ist noch nicht. So. Er ist noch nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich auch nicht. Hattest du wohl gedacht? Oh. Mal... ... ... ... ... Nein, zu lang. Na, ihr Stelplinge. Noch ein bisschen. Ja. Wir sind alle tot. Mautetot. Sollte Dolf besser nicht mit mir anlegen. Tja. Du musst auch sterben. Dann geht's sowieso. Kommt da noch jemand? Nein. Oh. Wattu. Oh. Oh, kommt herr. Oh, die kleine Pissies. Ja. Wir müssen jetzt Flüge hier reinhauen. Oh, und. Dann können wir auch wieder sterben. Ja. Aha. Hast du wohl gedacht? Nein. 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 Ja. Nein. Wir sehen mal noch so ein bisschen was auf den Latz. Kannst du zwar nicht brauchen, aber egal. Ah, schrei du zau. Blau weg. Mann. Unschleider. Wir werden alle sterben. Ach, da ist auch ein Oro, nein. Haha, haha, fricks mich nicht, fricks mich nicht. Ja, hast du wohl gedacht. Was ist das? Wir müssen wieder platt machen. Okay, warf das Line da, ich komme an. Wir machen euch alle platt. Komm, stirb! Oh no! Wir müssen jetzt hier warten. Keine Lust. Mit Ruhe? Hallöchen! Mit Ruhe? Da unten auch. Ach, da ist der Bus. Oh nein! Oh nein! Tja, oberchen! Du darfst wieder schreien. Hm, doch nicht geschreien. Doch, jetzt. So leid, das endet das hier so? Oh nein! Ja! Legt euch mit dem Falschmann! Schwer, du. Ach, du. Arschee! Ja. Ja. Ach, da kommt der Bus. Der Fette. Ich weiß nicht, was ich sehen. Ich weiß nicht, was ich sehen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hallöchen, kriegt mich nicht. Haha, und da war er tot. Na, Brut. Na, Brut. Es hat schwirrt. Wurre. Tausend Rohastrall, Diamanten. Kann ich noch was? Nein, du Arsch! So. Das war aber alles, oder? Sieht so aus. Gut, dann kann's wieder rausgehen. Was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte doch eigentlich... Nein, ich wollte mich zurück in die Instanzgruppe verlassen. Ich wollte eigentlich... ...Manteltor machen, genau! So. Gut, Freunde. Ich... ...mach dann jetzt eine kleine Pause. Sodass ihr morgen... ...hoffentlich den Mantelturm sehen werdet. Ach, übrigens. Ich kann Rodeo. Jihaa! So. Dann bis morgen wieder zum Mantelturm, wenn es klappt. Was in den letzten Tagen nie geklappt hat. Tschüüüüüß! ... ... ...